Meinung zu Ralph Lauren. Ich habe wirklich keine Style-Vorbilder oder sowas, aber wenn man sich mal die Welt anschaut, die Ralph Lauren geschaffen hat, muss ich da einfach Props geben. Also was für mich auf jeden Fall gar nicht geht, es sind diese Big-Pony-Sachen, da lasse ich auch gar nicht mit mir reden. Dickes Branding muss einfach nicht sein. Aber wenn man das mal ausblendet und sich die Kollektion von Ralph Lauren anschaut, sie seit den 80er, 90er Jahren und allein einfach auch die Werbeplakate, dann finde ich es schon stark beeindruckend, wie Konsistenz und ineinandergreifend sein Ästhetik ist und der Polo Ralph Lauren-Stil, der sich daraus auch entwickelt hat. Wenn du das klassische Polo Ralph Lauren mit dem Reiter drauf kennst, dem empfehle ich mal, sich die Purple-Label-Sachen anzuschauen, was die Luxuslinie der Marke beschreibt und das wahre Können von Ralph Lauren besser zur Schau stellt. Kein Branding, feinste Materialien und Verarbeitung, Understatement pur. Also es kann sich kein normalsterblicher Mensch leisten, sind wir ehrlich, aber das wäre eine Marke, in der ich mich von Kopf bis Fuß einkleiden könnte und das sage ich wirklich nicht häufig.